Ach, das war hier oben die. Du bist mich vorhalb, wann dachte ich jetzt gerade? Der steht echt blöd gerade. Also 5, 24 und 12. Das könnte jetzt aber Addition sein. Also ich darf mal gucken, was haben wir hier so. Eine 2. Eine 4. Eine 32. Eine 1. Und eine 16. Also eine 8 und 16 würden die Tür öffnen, garantiert. Eine 26 und eine 21 war es, gell? Und ich darf keine... 5, 24 oder 12 bilden. Okay. Eine 16. Jetzt brauche ich die 4 als nächstes. Jetzt habe ich eine 20. Jetzt brauche ich die 1. Das war die hier oben. So, jetzt habe ich eine 21. Metallistenruhne. Die nehme ich gerne. Gut. Jetzt brauche ich die... die äh... 26. Also nehme ich jetzt die 1 wieder weg. Jetzt bin ich auf 20. Jetzt bin ich auf 16. Jetzt packe ich die 2 dazu. Bin ich auf 18. Wenn ich jetzt die 8 noch dazu packe, müsste ich auf der 26 sein. Ja. 100 Töter, aber selbst das erreiche ich leider nicht mehr. Ich habe nur noch 4 Level. Das heißt, ich könnte zwar... Fernkampf auf 19 bringen, aber nicht... genug, um den da zu benutzen. Ne, Herz suchbar und mehr geht nicht. Gut. Oh. Will ich, dass der direkt vor der Tür lungert? Zurück mit euch! Okay, er tut weh. Und Schaden mache ich, glaube ich, gar keinen bei ihm. Ah, Mist. Obwohl, will ich hier unten durch oder will ich hier oben durch? Okay. Gut. da liegt ein gegner mit macht das heißt ich habe keine andere wahl als das portal hier zu nehmen und mich hier selbst alleine durchzuschlagen wieder auch gut habe ich sowas von kein problem mit doch habe ich das macht alles aber ich kann glaube ich hier eine abkürzung nehmen oder das ist noch zu das tor hier ist ich hoffe es war das tor hier und nicht dass da oben das da wenn ich komme ich jetzt dann gleich da oben raus okay ich komme hier raus ja 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 Wie auch immer die Zerbieten vor der Konvokation daran gedacht haben, solche Portale hier hinzubauen. Das sind eigentlich Portale, die Rohren gepflanzt hat. Okay, hier bin ich jetzt wieder richtig. Sollte man nochmal speichern. So, dann bolzen wir die mal weg. Zeit zu sterben. Zurück mit euch. Achtung! Vorsicht! So, erst mal Tunweg. Zeit zu sterben. Noch mal heilen. Verteidigt euch! Kämpft! Verteidigt euch! Okay, das war jetzt mehr als ich für gesund hielt. Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Kämpft! Der Kampfmeister dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Die Rune wird sofort ausgeführt! Unverzüglich! Das hier ist eigentlich der einzige Weg weiter, den wir gerade haben. Wie kannst du so einen großen, wie du Taubus nicht treffen? Vorsicht! Vorsicht! Und ganz ehrlich, so steil sehen die Berge hier doch gar nicht aus. Jetzt können wir nicht einfach drüber klettern. Achtung! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Vorsicht! Zeit zu sterben! Ich hab nicht so fähig einen Helm gefunden. Nee. Vorsicht! Zeit zu sterben! 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 Ich hab nicht so fähig einen Helm gefunden! Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Zeit zu sterben! Okay, wer sagt an? Zeit zu sterben! 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 Zeit zu sterben!